willkommen zu einer neuen folge wir sind in der stufe aufgestiegen ich habe jetzt einfach mal begonnen unsere helden hier in den sichern tot zu schicken weil selbst wenn sie die besiegen kompletten schon wieder nachschub wir können nämlich gleich wieder ein paar runden krieger austauschen so und in der zeit wo die kämpfen können wir schon mal die neuen monen arbeiter einfügen feindlicher angriff feindlicher angriff haltet durch männer verstärkt die deckung sie sind überall so der eisernal kommt raus und den priester wird durch die medien jahres wird dich raushauen du schreckst mich nicht so haben sie kleine gericht und jetzt können wir mal kurz noch die ausrichtung für die machen ja ich habe hier noch mal ein ring ausgetauscht und zwei ringe glaube ich und hier oben damit sie mehr rüstung hat was haben wir hier in mentalist wieder das thema neu größtungsweise 8 15 nehmen wir natürlich die 15 15 so was bekommt er denn auf den kopf 27 ein hut wahrscheinlich in der robe war oder 65 und eine hose zack jetzt noch eine gute waffe please na toll ich gebe dir einfach mal einen zauberstab glaube ich ich wies nicht ob das nicht mehr so macht mehr so macht ich gebe dir mal zwei zauberstäbe und der erste magier der mag genau gleiche weil ich glaube die handfeuerwaffen zauberstabend 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 jetzt noch ringe ach ja kopfbedeckung brauche ja auch noch 25 20 dann ist klar 12 15 15 aber ich mag den eisbogen aber vielleicht macht jetzt doch langsam eine stärkere waffe hier sind 9 bis 12 9 bis 17 die geschwindigkeit ist hier natürlich noch besser ja vielleicht bleibt es doch dabei so können wir sie noch irgendwie hier verbessern vielleicht sollte ich hier auch sein ding geben grobe rüstungs 30 90 na gut dann können wir jetzt reisen und mit der haupt quest weitermachen die frage ist ja jetzt wir kunden erstmal wieder scheinbar sind die schatten jetzt unser größtes problem damit bisher hier stein okay für die dunkle öffnen ist das praktisch wo geht es dahin ich habe jetzt eigentlich vermutet dass wir irgendwo ein paar drachen sind oder sowas mit ihrem nest und helden moment aktivieren wir erst die schatten sind natürlich ziemlich stark stufe 20 ich hoffe die sind nicht alle so okay wir haben jetzt also nur stein hier in der nähe oder mit steinen kann ich keine armee aufbauen okay wir haben jetzt also nur stein hier in der nähe oder mit steinen kann ich keine armee aufbauen ich habe doch rote punkte eben hier sehen hier sind schatten hier sind schatten hier auch ups cool bleiben okay ich glaube da gehe ich mit dem team erst weiter irgendwo muss doch jetzt zu befehl müssen da noch rohstoffe sein der einsiedler hier ist aber ja hier unten ach du kacke ach du kacke da müssen wir definitiv verteidigungstürme irgendwie bauen folgt mir zum angriff die linien müssen halten kämpftmänner feindlicher angriff wir werden angegriffen für die freiheit fließt die reihen stand halten komischerweise ich habe jetzt eigentlich gedacht die wirken zauber von weitem mit zauberkugeln oder so aber die machen ja auch nachkampf mit einem schaden äh vielleicht sollte ich die waffen doch nochmal tauschen folgt mir das ist ja achso haben wir jetzt eigentlich wieder irgendwie ein zauber dabei spiegelbild gut das freut mich ja das war ja nicht in der sache 7 bis 13 die der das war ja nicht damit irgendwie Fünf bis neun Fünf bis elf Nervig Nervig Vielleicht belees ich mich dazu und einfach noch mal So... vorwärts geht es sein sofort wir gehen erst mal wieder nach norden und los haben die hier irgendwas bewacht mir nach rohstoffe oder sowas jetzt kommen wir hier auch entlang okay vorwärts und der akku ist fast leer schon wieder gleich mal einstecken folgt mir folgt mir sofort schnell mir nach und los vorwärts und los woher ist das denn ein piek schnell sofort mir nach dann haben wir wieder eine gruppe und los zwei stück nur was das denn schnell in die schlacht in die schlacht kämpft Männer das ist ein hinterhalt schlacht sie zurück für die Rune wir werden angegriffen wir werden angegriffen schnell schnell sofort mir nach und los vorwärts folgt mir folgt mir mir nach und los und los oh oh vorwärts folgt mir schlacht sie zurück für die Rune schließt die Reihen sie sind überall zur Ehre Aonis feindlicher Angriff verstärkt die Deckung für die Freiheit verstärkt die Deckung feindlicher Angriff feindlicher Angriff zur Ehre Aonis feindlicher Angriff sie sind überall sie sind überall kämpft Männer haltet durch Männer sie sind überall zum Angriff haltet durch Männer schlacht sie zurück für die Rune vorsicht Gegner was wünscht die Rune unverzüglich hu was wünscht die Rune kugeln die fliegt nicht mehr ok sie rennt jetzt scheinbar von hier aus dahin ah wieder ein Teil ich bin niemand hält uns auf zu Befehl zu Befehl verstanden wird sofort ausgeführt na gut dann geht's hier in der nächsten Folge weiter spitze hä wie sind die denn na gut spitze bedanke mich bis dann zu Befehl bis dann schau zu Befehl